Die Ganotherapie. Die Ganotherapie ist eine ganzheitliche Heilmethode. Das bedeutet, dass wir die Symptome nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern den ganzen Körper als zusammenhängendes System behandeln. Es ist nie das Symptom das Problem, sondern das, was das Symptom verursacht. Deshalb behandeln wir nicht das Symptom. Wir müssen nicht danach suchen, welcher kleine Baustein im Körper fehlt, sondern wir setzen mit Ganoderma und Spirulina fast 700 Wirkstoffe, 700 kleine Bausteine ein und überlassen den Rest dem besten Arzt der Welt, unserem eigenen Immunsystem. Die Ganotherapie ist eine passive Heilungsmethode. Wir greifen nicht in die körpereigenen Prozesse ein, sondern unterstützen nur das Immunsystem, seine Arbeit zu tun. Deshalb können wir unter Umständen auch bei nicht diagnostizierten und sogar genetischen Krankheiten wirksam. Wir müssen uns eingestehen, dass unsere Symptome selbstverschuldet sind, durch schlechte Lebensweise und Ernährung. Der größte Vorteil der Ganotherapie ist, dass sie wirksam ist, ohne dass wir unsere alten Gewohnheiten ernsthaft ändern müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017